Gude, da bin ich mal wieder mit einem neuen Video und heute will ich mal ein kurzes Roundup geben sozusagen zu dem Event Gottheit kommt an. Ihr seht schon, es gibt ein neues UR Event mit Minato und ich hatte in einem vergangenen Video, ich weiß gar nicht genau in welchem das war, angesprochen, dass ich es interessant finde, dass quasi Pain als UR Charakter drin ist, aber Minato nicht, obwohl Minato ja eigentlich ein cooler Charakter ist aus dem Anime und ja, jetzt scheint er in neuen Spiel gekommen zu sein und direkt mit einem Event und da dachte ich mir, bietet es sich an, mal ganz kurz drüber zu reden, noch über seine Fähigkeiten zu reden, um den Charakter einfach mal vorzustellen, auch wenn er natürlich in der späteren Tierlist auch noch so erscheinen soll bei mir auf dem Kanal, aber ich denke, das ist mal eine ganz coole Sache, wenn ich den gerade mal vorstelle. Zuerst zum Event selbst, es ist ein UR Charakter, das heißt, das Ganze ist sehr, sehr, sehr kostspielig. Ihr seht schon, um ihn zu bekommen, muss man mindestens 50 Mal ziehen und dann bekommt man, ich bin mir nicht sicher, ob man ihn dann direkt einmal bekommt oder ob man nur einen Splitter bekommt, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Im besten Fall ist es direkt ein ganzer Minato, allerdings muss man, wie gesagt, 50 Mal ziehen und wir können ja mal aus Spaß gucken, 35 Mal ziehen kostet 100 Euro, das heißt, das ist, ja, hatte ich ja in den vergangenen Videos schon gesagt, das ist einfach viel zu teuer und lohnt sich halt absolut nicht, dafür Geld auszugeben. Aber, naja, so ist das Ganze. Wenn ihr ihn doch für ganz viel Geld kaufen solltet, könnt ihr ihn hier, wenn ihr ihn dann direkt hochpusht, könnt ihr noch ein paar Sonderbelohnungen abholen. Einmal, wenn ihr ihn auf 6 Stern bekommt, dann auf 9 und wenn ihr ihn sogar auf 10 macht, kriegt ihr noch weitere Belohnungen. Ansonsten gibt es auch hier wieder eine Rangliste, bei denen man am Ende nochmal Zusatzbelohnungen erhalten kann. So ist man ab 50 Beschwörungen sozusagen, 50 Rekrutierungen in dieser Liste mit drin. Die Anfangsbelohnungen sind 2 Schuning-Geheimtechniken und 1000 Geheimkristalle, also Geheimtechnik-Kristalle. Sobald man dann auf 200 aufrüstet, bekommt man 5 Gottheit-Magatama, eine Glücksjade und eine Geheimtechnik-Ionen. Und danach geht es erst wieder weiter mit, ich glaube, 500. Ich muss kurz gucken. Genau, also 200 reichen sogar bis Platz 7. Das heißt, es geht sogar hoch bis 40 Gottheit-Magatama und sogar 2 Geheimtechniken-Schatten, was nicht schlecht ist, also Hokage. Wenn man dann aber über 400 Mal summont, kann man, wenn man eben Platz 6 erreicht, kann man zumindest einmal einen Titel bekommen für Minato, der, glaube ich, sogar dauerhaft gültig ist. Jawohl, da steht es, dauerhaft gültig ist. 2% HP, 2% Angriff. Und wenn man Minato selbst nutzt, kriegt er sogar nochmal extra 2% HP, 2% Angriff und 2% Grid. Also echt nicht schlecht, wenn man mit Minato spielen will. Und wenn man so viel gesammelt hat, will man definitiv mit ihm spielen. Aber ja, ist halt trotzdem extrem teuer. Man bekommt natürlich, wenn man wirklich hier oben reinkommt, über die 100 Gottheit-Magatama natürlich nochmal einiges, um auch damit Hashirama-UR zu bekommen. Man bekommt nochmal eine Geheimtechnik-Superkarge, was natürlich mega krass ist. Und sogar 5 Glücksjaden. Aber, und ich meine, die braucht man zum Umformen von den Geheimtechnik-Superkarge. Aber ja, also für 400 mal Summonen. Ihr könnt euch gerne mal ausrechnen, wenn ihr für 100,35 Euro mal das machen könnt, dann braucht ihr für 400 mehr als 10 Pakete davon. Das heißt, das sind über 1000 Euro. Und ja, steckt das mal bitte in ein Handyspiel rein. Ich glaube, das sieht jeder sofort, dass sich das nicht lohnt. Denkt bitte dran, wenn das Event bei euch läuft oder auch jedes andere UR-Event, habt ihr hier rechts oben auf der Hauptseite bei der Kampfvorschau unten drunter ein Logo abgebildet. Das habe ich jetzt schon ausgelöst. Da sieht man es bei mir nicht mehr. Wenn ihr da drauf drückt, bekommt ihr für ein paar Tage, ich kann es dir zeigen, bekommt ihr den UR-Charakter für, hier steht es, 2 Tage, 9 Stunden habe ich den noch. Das heißt, ich müsste ihn heute Morgen bekommen haben. Das heißt, 3 Tage circa habt ihr den dann zur Verfügung und könnt ihn zumindest für eure Hauptstory nutzen. Für die Arena-Kämpfe könnt ihr ihn nutzen und für die Prüfungen. Das heißt, ihr könnt ihn hier im Abenteuer für diese Hauptstory-Kämpfe nutzen. Ihr könnt ihn in Konoha in der Arena benutzen. Und ihr könnt ihn auch hier oben in der Ninja-Prüfung benutzen. Und dann habt ihr für 3 Tage nochmal einen guten Ninja. Der ist, soweit ich das jetzt im Blick habe, immer auf dem Level eures besten Charakters. Vielleicht ist er aber auch immer auf 9 Sternen, das weiß ich nicht genau. Beim letzten, ich glaube, Payne müsste das gewesen sein, hatte ich auch auf 9 Sternen bekommen. Aber da hatte ich halt auch schon einen 9-Sterne-Charakter. Von daher kann ich es nicht genau sagen. Der hat dann sogar schon ein Talent, nämlich Taijutsu Combo 3. Das hat er automatisch drin, das müsste ihm nicht beibringen. Sollte da auch nichts dran ändern. Kann man, glaube ich, auch nicht. Und ja, das lohnt sich auf dem auf jeden Fall extrem. Gucken wir uns aber auch gleich nochmal genauer an. Und ansonsten kann man ihm halt dann Ausrüstung geben und auch Geheimtechniken kann man ihm geben. Aber keine Sorge, wenn er dann von alleine wieder verschwindet, bekommt er natürlich alle Ausrüstung auch wieder zurück. Das heißt, ihr müsst nicht dran denken, ihm das wieder wegzunehmen, sondern ihr kriegt das einfach wieder in euren Beutel. Und alles gar kein Stress. Das Witzige ist, wenn ihr den ausrüstet und voll hochpusht quasi mit Items und dann in euer Team nehmt, geht ja auch eure Gesamt-KK nach oben. Und das vielleicht auch noch ganz nice to know. Dann könnt ihr teilweise hier bei den täglichen Instanzzonen, bei dem täglichen Dungeon, könnt ihr teilweise neue Level freischalten, wie ich jetzt hier unten mit Abgrund 2. Das konnte ich vorher nicht spielen. Das konnte ich jetzt machen. Und das Witzige ist, wenn er wieder weggeht und eure Gesamt-Team-Bewertung wieder unterhalb dieses Levels fällt, könnt ihr es trotzdem weiterhin immer wieder per Überfall spielen, auch wenn ihr theoretisch das gar nicht freischalten könntet. Also einmal geschafft ist es geschafft und ihr könnt ihn, wie gesagt, auch sogar dafür nutzen. Fällt mir gerade ein, dafür habe ich ihn auch benutzt. Und wenn ihr es einmal geschafft habt, könnt ihr das jederzeit wieder neu spielen, auch wenn ihr dann nach dem Event wieder drunter fallt. Also nutzt das auf jeden Fall aus. Kann euch einige Vorteile bringen. So, jetzt wollen wir uns gerade noch mal die Kampfforschau anschauen. Dabei, da könnt ihr einfach sehen, wie gut er ist oder was er kann. Dabei kann ich nochmal die Fähigkeiten erklären. Er hat im Grunde nur eine aktive. Das ist dieser Angriff, den er gerade macht. Da greift er dreimal am Stück an. Wenn er dann Tayo zu Kombo 3 hat, hat er halt drauf, kann er das Ganze halt nochmal machen, was nicht schlecht ist. Und er verteilt auch mit diesem Angriff bluten, was nochmal extra Damage quasi Runde für Runde verursacht beim Gegner. Ansonsten hat er nur passive Fähigkeiten. Mit seinen passiven Fähigkeiten kann er aber seinen Crit erhöhen, seinen Angriff erhöhen, macht generell 20% mehr Schaden gegen Charaktere, die langsamer sind als er. Und ich denke, es werde keinen überraschen, wenn ich sage, dass er generell schon sehr, sehr schnell ist. Aber den kann man natürlich dann auch gut spielen mit Geheimtechniken, die seine Geschwindigkeit nochmal erhöhen, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen, dass er immer der Schnellste ist. Und er hat eine passive, dass wenn er jemanden tötet, beziehungsweise jemanden Verfolgen gibt, das kann er eben auch passiv drauflegen mit einem Angriff, dann triggert er automatisch nochmal seinen aktiven Angriff und kann den quasi auch ein zweites Mal nochmal einsetzen. Und das ist natürlich, ihr habt es ja jetzt gesehen, ich habe eigentlich nur kurz den Charakter vorgestellt und in der Zeit war dieser Vorschaukampf schon vorbei. Der macht schon extrem viel Schaden. Also ich kann es ja auch nochmal kurz in einem Beispiel, weil wir eh so wenig Kämpfer haben auf meinem Kanal, nochmal kurz in so einem Abenteuerkampf zeigen. Da habe ich ihn ja gerade auch in meinem Team. Wie gesagt, er ist sehr schnell, dementsprechend auch der Erste, der überhaupt angreift, weil er der Schnellste auch in meinem Team ist direkt. Und ihr seht, den Ersten nimmt er komplett auseinander und selbst den Zweiten kann er noch relativ gut anhitten. Und dementsprechend, dann hat er halt noch sein Logo obendrauf, dass er eben, wenn jetzt die Runde vorbei gewesen wäre und der Charakter wäre jetzt noch am Leben, hätte er am Ende der Runde, bevor er die nächste Runde beginnt, nochmal auch seinen Angriff starten können. Also er ist da schon, ja, ziemlich, ziemlich strong unterwegs, muss ich sagen. Und auch hier seht ihr jetzt, einen nimmt er wieder komplett auseinander, jetzt kann er noch einen zweiten Angriff channelen und nimmt den sogar auch noch auseinander. Also der ist schon ziemlich, ziemlich stark, muss ich sagen. Aber, ist halt nur Err-Charakter, der sehr, sehr viel Geld kostet. Und demnach wahrscheinlich, wenn man ihn spielen will, sollte man es jetzt über diese kostenlose Rotation machen, dass man ihn drei Tage kostenlos bekommt, sollte das ausnutzen, sollte sich die Kämpfe dann auch natürlich anschauen, nicht alle überspringen, damit man noch was davon hat. Und, ja, nutzt das, habt Spaß mit ihm. Ich finde ihn richtig cool als Charakter, sowohl im Anime, als auch jetzt hier im Spiel. Ich finde die Attacken schön designt. Ich finde das sehr, sehr sinnvoll und ich finde es auch gut, dass der einen UR-Charakter jetzt bekommen hat, denn ich denke, das ist es absolut wert und auch verdientermaßen so. Okay, das soll es aber schon gewesen sein zu der kurzen, Review sozusagen zu Minato in der UR-Form. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch ein bisschen weitergeholfen. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt, ob ihr das erstmal gut findet, dass er eine UR-Form bekommen hat und ob ihr tatsächlich versucht, für ein paar Euro da ein bisschen was zu reißen. Ja, wenn ihr genaueres wisst, ob man ihn mit 50 Beschwörungen tatsächlich direkt einmal bekommt oder ob das nur ein Splitter wäre, dann auch gerne in die Kommentare schreiben, dass ich da Bescheid weiß. Und auch die Community, die das interessiert, dann da nachlesen kann. Das wäre super lieb. Genau, ansonsten gerne einen Daumen nach oben geben, wenn es euch soweit gefallen hat. Und dann sehen wir uns einfach morgen wieder. Macht's gut und tschau, tschau.